. 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 Hey, Sandra. Ja? 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 Ja, ich weiß. Bekommt er, bekommt er, ja? Ich brauch noch so, warte. Ja, gib mal noch eine halbe Stunde. . 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 Warte mal bitte ganz kurz, ganz kurz. Frau? Ich muss nach vorne weg gehen. Okay, also? Ich habe eine gute Idee. So kann das nicht weitergehen. Es geht uns allen gleich. Nach so vielen Monaten im Mobile Office sind bei uns die Grenzen zwischen Büro und Freizeit verschmolzen. Wir leben in herausfordernden Zeiten und sind gerade dabei, einen Weg in die neue Realität, in der viele von uns auf eine Mischung zwischen Mobile Office und Arbeiten vor Ort setzen. Ich hoffe, dass Sie für sich die richtige Balance zwischen Performance und Erholung finden. Wir blicken auf ein weiteres bewegtes Jahr zurück und es ist an der Zeit Danke zu sagen. Danke für Ihre Treue und die gute Zusammenarbeit. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Liebsten im Namen des ganzen Goldbach-Teams erholsame und wunderschöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Merry Goldmiss!